Hallo, Anneliese! Doch, Rüder! Ist doch der Rüder, dass du mit mal wieder zurückkommst! Ja, na klar! Du weißt doch, ich hab gestern ein frisches Brot gebacken! Warte ich doch mal! Da hab ich gleich an dich gebracht! Da hast du doch toll, dass du doch was mitgebracht! Na klar! Ich weiss doch, dass du doch super Erzähler hast! Da brauch ich das Alter nicht wegschmeißen! Ah, die Kinder und Geistert! Was du machst? Was machst du denn da überhaupt? Anneliese, du glaubst ja gar nicht, was ich hier habe! Ja, das seh ich schon! Das ist doch eins von diesen neumodischen Scheißdingern! Früher hab ich so mein Brot sagt Toplappen! Heute jetzt Lack toppen! Aber Anneliese, du weißt ja gar nicht, wie faszinierend das ist! Was soll daran faszinierend sein? Du kennst dich überhaupt ja nicht aus damit! Ja, was denkst du denn du? Ich habe extra einen Kurs gemacht, um uns zu beherrschen! Warte, das Ding muss man aber beherrschen? Ach, das Ding doch nicht! Nein, das große heilige Internet! Was soll ja auch so besonders sein mit deinem Spinnernetz! Pass mal auf, das will ich dir schon zeigen! Komm, wir gehen mal hinein in das Internet! Geben wir doch mal Sozialhandung! Guck mal! Oh, die schöne Schuhe! Guck mal da, die Stiefel! Willst du die haben? Ja, wo gibt's denn die? Steht das da? Mann, das ist was auf Internet! Das ist geil! Ich geh jetzt hier auf Bestellen! Und schon sind die unterwegs! Cool! Geil! Gibt's da noch mehr? Ja! Warte, wir gehen mal zu Pricks! Warte, Pricks? Ja, Pricks! Das ist eine Firma aus Bonn! Bonn Pricks! Und was haben die? Oh, hier, kommt doch! Oh, schöne Kleider! Guck mal da, das bunte! Das da! Das da! Das ist traumhaft, was? Ja! Weißt du was? Das bestell ich uns gleich als Doppelpack! Jawohl! Jawohl! Einkaufen! Torscht! 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 Torscht unterwegs! Super! Cool! Sag mal, hast du schon mal was gehört von Amazon? Ja! Da hab ich auch schon ge-shop-bert! Oh, oh, guck doch mal, das Navitationsgerät mit extra großem Display für nur 250 Euro, das ist doch geil. Nee, nee, das bestellst du mal lieber nicht. Wieso? Ah, das ist nicht nur um das Ding. Wenn du damit nämlich Ziegeleihweg eingibst und die Ziegeleihweg langgibst, dann sagt das Ding immer nur, sie haben ihr Ziel erreicht. Puh, Blödsinn, ich würde doch Ziegeleihweg überhaupt nicht eingeben in das Navitationsgerät. Brauchst du auch gar nicht. Das Navitationsgerät weiß trotzdem, dass da am Ende der Friedhof ist. Nöde Kuh, wisst ihr? Hier zeige ich noch was. Aber pass mal auf, jetzt das Aller, Aller, Aller Tollste im Internet. Verziehbock! Ja, muss ich nur noch meine E-Mail-Adresse eingeben? Was ist denn eine E-Mail-Adresse? Die brauchst du im Internet, um Briefe zu schreiben und die kriegst du nur bei diesem E-Mail. So, jetzt noch mein strenggeheimes Passwort. Das erwähntst du nie. Puh, wenn höchstes Teil versuche, nach dem Ende steht, saufen, horchen oder chargen. Hm, ich muss mein Neues rausdecken. So, guck mal, jetzt sind wir schon on. Ahoi! Guten Tag, Zalando. Ihre Stiefel sind da. Geburtstag, Geburtstag. Guck mal, pass mal. Weg die Dämonie. Oh, mit dir auch in der Laschen. Kannst du die auch verkaufen, weil? Hey, links hier da, den. So, bei E-Mail. Die sind E-Mail, wenn man weiß. Ja, da steht ja der Tor aus. Das sieht aus. Ja, guck. Oh, bei E-Mail. Hallo. Hallo. Du weißt den ganzen Lauts in meiner Uhr. Und Aho. Genau, pass doch mal. Echt nicht. Ja. Hallo. Auf Bild haben sie mir ein bisschen besser gefallen. Aber wie ist der ganze Fell ab, wa? Waaah. Wo, kommt mal her. Hm, das ist meine Freundesliste auf HC-Bocken. Was denn? HC-Bocken. Den kenn ich doch den Kunden. Das ist doch, das ist doch Ari Menzel. Ja. Oh, das ist jetzt mein Freund. Was? Den hab ich sogar schon zum Kostner eingeladen. Und? Ist er gekommen? Hm? Hm? Hör rein! Guten Tag. Bon prix. Ihre Kleider. Ah! Ah! Mensch, jetzt hört doch mal auf zu blicken. Das ist doch nicht Zar Lando. Oh, das ist doch Bon Picks. Danke, junger Mann. Los, pack aus. Pack aus. Ja, pack doch mal aus. Ist doch unenduldig. Oh, cool. Das ist doch... Oh, ist das ja. Anna, pustet ein bisschen. Ja, aber ansonsten schön. Oh, guck. Siehst du? Anna, pustet mal. Anna, das ist ja. Ja, das ist ja. Wunder. Wollen wir damit noch. Frieder, wollen wir da mal hinter Abend ein paar Juckis aufreißen? Ja, gute Idee. Auch mit der Nacht bei Ari. Hallo. War jemand aus dem Tränen? Was war das? Das ist nicht bei jesteren ähnlich. Kann da auch mitkommen? Wer ist René? Hey, das ist doch unser Fahrer. Oh, guck mal. Hier. Mein Klaus, der hat jetzt was gepostet. Wie gepostet? Ich sehe auch hier den Briefmarken. Mensch, das sagt man so bei Pazibok. Wenn da einer was schlägt, dann heißt das Posten. Und was hat er gepostet? Muss ich mal lesen? Hm. So, jetzt abgegessen, jetzt aufs Dofer und überdaten. Höchstinteressant. Komm, da, ne, ich bin. Ah, jetzt hat er wieder was gepostet. So, jetzt überdacht, geh ins Bett. Hä? Wisst ihr was? Schlau, schön, du alter Sack. Oh, guck mal, guck mal da. Ihhh, sag mal, guck mal, das Foto da. Sag mal, hat die echt Scheiße im Schnuppern? Ihhh, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Volle Ekel, Mann, mach das weg. Oh, Mann, Mann, mach das weg. Alter, so Posten ist an dich. Ah, voll geil. Muss mal ausgehen, das wird mir doch schlecht. Ja, ah. Jetzt muss man hier sich posten. Ja, schnupp. Aber sonst gar nicht, was schlägt denn Internet. Ja, das ist eine tolle Erfindung. Da haben sie was Gutes gemacht. Ja. Da gehen wir aber auch hinten nicht mehr mit. Herein! Der ist aber hier dran. Guten Tag, der Gerichtsverzieher. Sie haben mehr als 3000 Euro ausgestellt durch Internetbestellungen. Ah!